Ich finde diese Szene toll, ich finde die Tat sogar schön, dass sich so viele Menschen immer noch glücklicherweise für Bücher interessieren, vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es nicht, steigende Tendenz, das gefällt mir, schöne Atmosphäre. Ich würde ein Wort dazukaufen wollen und die wichtigsten Worte für das Buch sind Wetten, dass Erna kommt, so heißt es nämlich. Ich glaube, die Welt braucht mein Buch sicherlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt ein paar Menschen, die mich kennen, die vielleicht eine Sendung gesehen haben, die ein ähnliches Schicksal haben, in der DDR groß geworden sind oder neugierig sind auf diese Zeit, auf diese 80er, 70er, 80er, 90er Jahre und diese Wendezeit, die ja für alle Menschen ganz spannend war, nicht nur für die Deutschen und davon handelt das Buch, das ist sozusagen das Zeitfenster und speziell eben von meiner Branche, von all den Dingen, die man in meinem Beruf erleben kann, mein buntes Leben schwarz auf weiß zu sein.